Manchmal bleibt dem nichts anderes übrig, als selbst anzupacken. Aber am Anfang von unserem Unternehmen ist eine Notsituation gestanden. Wir haben nach dem Sturm mehrere Monate Sturmholz im oder im Wald geholfen. Das hat uns gezeigt, dass es in unserer Region Forstwarten und Gartenbauer braucht, die anpacken können und eine Leidenschaft für unser schönes Endbuch haben. Das, was uns jetzt einmal bewusst wurde, hat heute in der Zeit des Klimawandels längstens mehr an Bedeutung gewonnen. Als Forstwart bringen wir die Wünsche unserer Kunden mit der Natur in Einklang. Unsere Forstwarten können eigene Ideen jederzeit eingeben. Die Verantwortung übernehmen ist erwünscht. Wir haben sogar den Chefpakt mitgebracht. Wir haben flache Hierarchien geschaffen, um bei unseren Mitarbeitern Mitspracherecht und Kreativität zu fördern. Und ihnen eine Arbeitsstelle zu bieten, die Freude und Zufriedenheit an der Arbeit mit einem guten Verdienst garantiert ist. Als Forstwart erwartet dich ein motiviertes Team, einen modernen Maschinenpark, spannende Aufträge wie zum Beispiel Gebirgswaldpflege, Zölkranholzerie, Holzerie mit dem Haarwäschter. Fühlst du dich angesprochen, die spannenden Aufträge mit uns auszuführen? Dann melde dich jetzt! Bedeutung Bedeutung Bedeutung